Auf der Außenbahn, die dritte deutsche Meisterschaft, die europäische Mitarbeiter, Bahn 3, die sechste deutsche Meisterschaft, die 800 Meter Kiste, sehr vor der Gefängnis vor, und auf der Außenbahn, die dritte deutsche Meisterschaft, die europäische Mitarbeiter, der Spieger VfL Brandlöck. Vier Zeitklimalläufe in dieser Altersklasse 50. Ellen Schneeger. Gleich geht's rein hier, auf die Hittenbahn, Ellen Schneeger, die dritte deutsche Meisterschaft, von der sechste deutsche Meisterschaft, die europäische Mitarbeiter, Christensen, aus Lundsburg, 33, 39, die Zwischenzeit. Und Kirsten Selmer von NGW, 69, 28.